Mein Name ist Eva Brantzen und wir werden Ihnen heute zeigen, wie spannend und vielfältig die Arbeitsmedizin ist. Als Arbeitsmediziner sehe ich den Menschen vor mir in seiner Gänze. Die Patienten sind auch sehr dankbar, wenn man sich viel Zeit nimmt für ihr Thema. Wir helfen nach einer längeren Erkrankung wieder im Beruf Fuß zu fassen und in den Beruf zurückzufinden. Was mir in der Arbeitsmedizin besonders Freude macht, ist, dass wir die Zeit haben, auch wirklich präventiv zu arbeiten. Indem wir an die Schulen vor Ort gehen, dort eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Da impfen sie gegen Hepatitis B, bevor der Patient Hepatitis B bekommt. Sprich, dass wir schon im Vorfeld versuchen können, dass man durch seinen Beruf gar nicht erst krank wird. Es macht mir Spaß, weil das Fach eben sehr abwechslungsreich ist. Man lernt auch ganz andere Dinge über die Medizin hinaus kennen. Ich kann lernen, ich kann forschen, ich kann Patientinnen und Patienten versorgen. Und das ist der Grund, weswegen wir uns alle dafür entschieden haben, in diesem Fach tätig zu sein.